Ohne Essen geht bei uns erstmal gar nichts. Gleich geht's los. 2000 Jahre später. Willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir was lustiges machen. Was denn? Und zwar haben wir hier diese Rakete. Rakete. Und hier unten haben wir so einen Schlauch. Mit einem Stopfen hier dran. Und dieser Stopfen kommt dann hier unten rein. Und dann kommt hier vorne Wasser rein. Dann wird an dem Ende eine Fahrradpumpe angeschlossen. Wenn hier drin genug Druck ist, dann fliegt hier irgendwann dieser Stopfen raus. Und die Rakete lebt auf. Also wir werden hier an dieser Reißweck befestigen. Die werden wir hier mit Heißkleber befestigen. Wir heizen uns hier schon mal die Heißklebenpistole, damit wir das gleich hier oben befestigen können. Erstmal super professionell hier. Die sind doch schon ganz gut nass. Also wir haben da jetzt die Rakete. Die ist jetzt da. Ist mit Wasser gefüllt. Und dann wenn da genug Druck drin ist, dann fliegt die mit dem Rückstoßprinzip. Mal gucken wohin. Auf geht's. Das war jetzt nichts? Nichts, bitte. Auf geht's. Auf geht's. Time out. Zeichen rein. Alter! Alter! Da fahren fast viel Bars raus. Nein? Alter! Da fahren fast viel Bars raus. Also mit Wasser fliegt die garantiert höher als die Bäume. Also die ist jetzt so fest drin, das wird kloppen. Auf geht's. Okay, wir haben jetzt zwei wach. Jo, weg. Ich hab jetzt da so eine Schlange geworfen und jetzt hängt die im Bau und die Dings ist irgendwie... So, perfekt. Nächste Stange. Genau. Wünsch dir es. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Auf geht's. Ein Bar, mach mal zwei. Siehste, das meine ich nämlich. So, die ist jetzt da drüber auf die Terrasse. Müssen wir rüber gehen. Nee, die ist da auf die Terrasse geflogen. Ich hab hier noch so ein altes Handy. Jetzt? Jetzt geht's ab, ja. Okay. Jetzt pack ich das Handy mal hier. Das ist ein kaputtes Handy, das heißt nicht mehr... Das ist hier auseinandergenommen. Das ist auseinandergenommen. Kann nicht mehr kaputt gehen. Ich wollt's sowieso wegschmeißen einfach. So. Auf zum fröhlichen Handy zerstören. So, da ist jetzt das Handy drauf. So, da ist jetzt das Handy. Nee, wir haben jetzt anderthalb Bar drauf. Anderthalb Bar, da ist das Handy, da ist die. Ja, also... Beim Handy ist eigentlich nicht wirklich viel passiert. Nee. Komplett dreckig. Ja, hier... Kein Kommentar. So, für dich. Wollen wir mal den Konton drüber legen? Ja. Komm. Jetzt wirst du immer... Wir stellen den hier so hin. So. Jetzt wird lustig. Nein. Ohne Handy jetzt. Auf geht's. Einfach? Mal zweimal. Das ist bumm geworden. Man sieht hier deutlich die Spuren. Da ist auch so ein Neuge am Wochenende. Neuer Versuch. Mit mehr Schub. Oh. War heute zu viel Druck. Oh, Scheiße. Das raucht echt wie nach einer Sektflasche hier richtig so Auf gehts Achtung und BAM Yes sir der raucht Ich sag dir 3 bar und dann packen wir genau hier vor das Wieviel bar hast du? Im Moment haben wir nicht mal einen Hier vorne liegt jetzt das Handy Auf gehts 3 bar 3 bar What the fuck Nö Nichts Ich sag mal Sony ist krass Kein Product placement ist ja auch ohne die Trotzdem wollen wir das irgendwie kaputt kriegen Du denkst es passiert nichts? Ich denk es passiert nichts Ich sage ich treffe gar nicht Guck Da ist nur ein Kratzer drin Es bricht gar nicht Achtung Da ist ja auch nur ein Kras mit Jetzt ist es gesprungen Zeig mal Jetzt gesprungen Warte Jetzt ist es gesprungen Endlich Äh Ich kann das überhaupt nicht hier Überrasch Entschuldigung Mit Entschuldigung Das wird so ganz Hip-Hits Entschuldigung Die 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 Da muss man einfach draufstehen und dann... Wie hoffen es hat euch gefallen? Gebt einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Befehlt uns weiter. Bis dann!